hallo und herzlich willkommen zurück hier bei haus flipper ja wir flippen weiter und zwar machen wir den nächsten auftrag und ich würde sagen machen wir mal hier heizkörper wenn ich hört was zahlen soll dann muss ich voll zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht die winter sind hart und in meinem haus gibt es keine heizkörper montieren sie sie ja das tun wir jetzt eben du musst noch 70 fortschritt reichen und diesen etwas abzuschließen würde ich als erst mal bauern schönen wohngegen ich glaube wir wollen hier auch irgendwo gehen wir mal rein er hat doch eine heizung, was will er denn diese baby hat keine heizung aber baby braucht keine heizung hallo gut shop anschlüsse heizung kriegt er seine heizung und montiere ich das eben noch kein problem meckert er denn da wieder schon wieder rum fängt gerade die folge an und jetzt nur meckern gut das war ja einfach nächster raum ist der denn hier also er ist so klein hier das ist ja schrecklich muss ich gerade sagen bei mir ist das auch klein aber ich musste da ja einziehen ich hatte ja keine wahl eine wahl gehabt hätte ja komm ich drehe das wieder mit meinen händen fest wunderschön so hier ist die heizung oh was ist das denn ach hier ist neuer fertigkeitspunkt erstmal richtig hinsetzen damit ich das lesen kann wir machen montage weil das andere sehe ich noch nicht hier das machen wir erst wenn wir es sehen dann ist es bestimmt voll nervig aber ist der auch egal wir brauchen jetzt ein spülbecken dazu gehen wir zu pflanzen ne ähm bad hier so ein einbau spülbecken da klatschen wir da mal so hin und dann montieren wir das eben hier zack zack und drauf damit äh hier das nach unten das drehe ich auch wieder mit meinen fingern einfach fest geht man ja von zu hause hier einmal da einmal die seite drauf obwohl ich hätte ja erst äh die andere seite gemacht aber ich bin ja nicht der profi sondern hier der typ ist ja der profi der ich ja eigentlich bin ist ja auch egal gut hier noch was drauf äh das da rein so wollte ich das äh äh so so und so und der muss auch noch fest ja äh wunderschön kann man so lassen oder fehlt da noch was guck da fehlt da noch was da fehlt doch noch so eine dingenskirchen heizung hier wie heißt sie badezimmerheizung würde ich sie jetzt einfach nennen geil 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 so eine heizung wollte ich immer auch haben früher immer weiß gar nicht warum hat man ja nicht in den meisten haushalten da oder so eine heizung so eine badezimmerheizung gut wir schließen ab mit 746 euro ich esse noch einen schokobong zack so neuer fähigkeiten punkt gut wir machen vorbereitung auf das eintreffen des neuen familienmitglieds guten tag meine wunderschöne frau ist endlich schwanger und wir rennen wie verrückt aber auch sehr glücklich hin und her und haben alle hände voll zu tun eigentlich habe ich selbst keine ahnung wo ich beginnen sollte bevor meine prinzessin auf die welt kommen wir wissen schon ganz sicher dass es ein mädchen wird wir haben ein malerisches winziges häuschen für uns drei gekauft leider muss da noch kräftig aufgeräumt und das kinderzimmer vorbereitet werden kann ich mich darauf verlassen dass ich ihr diese aufgabe anvertrauen kann beim kinderzimmer denkt bitte unbedingt gerade ein bädchen zu kaufen eine wickelkommode vielleicht irgendwelche spielsachen du hast da doch viel erfahrung oder und mal die wende für uns kleine süße prinzessin unbedingt hey rosa vielen dank am vorten herzliche grüße marcus seifert der bald überglückliche vater denkt er so ja ich muss unbedingt heute morgens essen was schädel los also was ja das ist auf jeden fall ein größerer auftrag klar ich kaufe auch mal ein haus wo es so aussieht was ein typ so äh gut ich halte mich hier natürlich strikt an die aufgaben ich werde natürlich tolle sachen hier noch dazu kaufen und was nicht all aber ähm hier soll wahrscheinlich das kinderzimmer rein aber wir machen erstmal sauber erstmal die ganzen ekeligen flecken hier weg weg damit ich hoffe wir kriegen bald einen neuen fähigkeiten punkt mit dem wir das ganze hier noch mehr beschleunigen können so hier da erstmal erstmal alles sauber machen das sieht ja hier aus wie ne hier der schrank weiß gar nicht ob die den schrank da noch haben wollen fenster reinigen kann ich mich ducken ne doch 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 hier erstmal schön fensterbank sauber machen die auch und dann sind wir bei 99 prozent das heißt hier irgendwo ist noch eine verschmutzung da muss ich doch gut dann sollen wir die fenster reinigen mit diesem formschönen gerät ich weiß gar nicht äh ja äh das ist auf jeden fall sehr famos das gerät riegelroos und famos machen wir das hier jetzt sauber dann kann man auch rausgucken streifenfrei natürlich so äh das auch noch ne ja kein problem das kriegen wir auch noch hin damit das baby hier natürlich auch schön raus gucken kann hier schön rausspringen kann meine ich natürlich erstmal lüften pastell rosa pastell rosa wir brauchen pastell rosa blasses rosa schmutziges rosa himbeer aura äh ähm 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 äh 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 schrank ja immer weg wenn man da vernünftig beinkommen so dann machen wir hier alles schön hell rosa äh 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 pastell rosa meine ich natürlich pastellig alles schön pastellig das ist aber nicht zeitgemäß in der heutigen zeit sollte sich das kind das selber aussuchen dürfen ist ja schon wieder eine beeinflussung von äh kleinen kindern mädchenhaft aufwachsen und sowas ne das kennt man ja den ganzen blödsinn neutral müsste man ja nicht streichen schönes grau damit das kind auch schon aufs leben vorbereitet ist denn das leben ist auch nur grau da ist auch nichts rosa ja aber äh wir sollen ja nur den auftrag machen hier ich hätte natürlich lieber dieses schön vorm schönen gelb hier gelassen ist auch eine sehr schöne farbe wir müssen eigentlich bald schon wieder so einen punkt hier kriegen ne so einen Fähigkeitenpunkt fürs streichen streichen aber wenigstens ist hier mal hintergrundmusik sehr entspannte zum arbeiten die höre ich auch immer zum arbeiten also ich genau die musik so äh soll wahrscheinlich alles rosa ne gucken ob die farbe überhaupt reicht sieht nämlich schon ziemlich leer aus da bin ich ja mal gespannt und speichern äh schrank hallo so ja mal gucken ich muss die dose mit farbe füllen ist ja auch so ne sache ne das das teil hier was ich in der hand habe das nennt man dann ja anscheinend dose keine ahnung aber schön so ein renovierungsspiel hier das ist ja sowieso im moment modern dass man häuser renoviert keine ahnung äh auf jeden fall macht so das streichen natürlich spaß du hälter war dein pinsel dahin und äh verkaufen müssen wir natürlich nochmal ne fachlose aber die kostet ja nix 16 euro oder ist ja nix hättest du manchen eltern früher mal sagen müssen 16 euro das ist ja nix kann man ja eben für sein kind sein zimmer streichen äh nein viel zu teuer tja na gut wir haben das hier gleich und dann kann das mädchen schön in hässlichen rosa aufwachsen ich weiß gar nicht das mögen doch nicht alle mädchen rosa das ist doch das ist doch ein vorurteil oder nicht das kann doch nicht stimmen ist ja meine hautfarbe so nee äh wir sind fertig gut können wir noch verkaufen für 9 hallo äh für 9 euro 36 guck und den schrank den stellen wir stellen wir wieder da hin ja komm den äh wo bin ich ich bin ganz woanders den stellen wir wieder hier hin passt gar nicht doch jetzt ja so dann brauchen wir noch ein Kinderbett wo finden wir denn hier ein Kinderbett wahrscheinlich unter Möbel und dann unter Betten würde ich aber mal bauen so so eins ne ganz schön teuer 93 euro hier schönes blau weil wir sind ja modern und dann schläft das Kind natürlich hier unterm Fenster würde ich sagen das ist ein sehr schöner Schlafplatz für Kinder ja das ist doch das ist doch das ist doch wunderbar so Regal sollen wir jetzt anbringen ein Regal wo finden wir denn hier ein ein einen Regal ich kenne mich hier noch nicht so aus ein ein Regal ist doch ein Möbel ist doch ein Regal ist doch ein Regal ist doch ein Möbel Freight Schränk Schränk Schränkchen ja hier sind wir doch richtig einig oder die Frage ist ja nur hier so Garagen Regal natürlich ähm die Frage ist ja natürlich nur was wollen die für eins haben da steht ja KAL 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 Schrank Andy das meinen die wahrscheinlich hätte ich natürlich auch im blau gekauft aber geht ja leider nicht so jetzt müssen wir es eben drehen damit das hier so hin passt Wickelkommode das habe ich mir gerade schon gedacht wo ich die gesehen habe hier so ist ja jetzt alle ich schätze das alles einfach nebeneinander zwei Sitzkissen Gottchen ne warum wird man das denn weg Sitzkissen mhm mhm Stühle da Sitzkissen natürlich im blau ich weiß dass es nicht passt aber wir müssen ja modern leben so hier kommt ein Sitzkissen hin und dann kommt hier noch Sitzkissen hin schön vor die Heizung da ist es warm oh der Rest interessiert mich jetzt auch nicht äh sonst noch irgendwas was in diesem Raum hier Steckdosen sind gemacht äh hier müssen wir jetzt natürlich noch reinigen ja wir wollen aber noch nicht abschließen wir wollen hier erstmal den Flur reinigen damit wir natürlich auch immer besser werden mit äh dem Wischmob und allgemein allen Sachen joo wo ist denn hier noch wahrscheinlich dahinter ne ist ja immer so hier kommt da hin ne ist einfach nix hier drauf vielleicht ich bin blind also ich sehe hier keine Verschmutzung mehr oder meinen die allgemein ne allgemein meinen die nicht ist ja auch egal ich mach erstmal weiter sauber hier schön alles mit meinem schönen Wischmob hier ab mobben schön vielleicht ist der Schrank wo bin ich denn wo ist der da vielleicht ist der Schrank hier drücke ich das Ding da vielleicht so Türen ja Türen sinds ja gut das muss man natürlich wissen dass die zum Raum noch gehören quasi gut hier hinterher vielleicht noch oder so ne Schrank hinterm Schrank vielleicht ach das Bett machen Fensterbänke Fensterbänke sind wir bei 94 irgendwo noch ein klitzekleines Fleckchen aber man muss ja mal gucken ja kann ja sein dass die da Geld versteckt haben oder ähnliches. Nein, ich will natürlich gucken, dass wir hier den ganzen Dreck kriegen. Ach, das ist bestimmt Fenster reinigen. Okay, dann packen wir den Schrank eben wieder zurück. Und den anderen Schrank, hier hat jeder seinen Schrank. Kann man so lassen. Fenster reinigen natürlich. So, hier wieder mit dem Spezialteil. So, wunderschön. Das andere auch noch. Wenn schon, denn schon. Da muss man alles machen. Da muss man Fenster reinigen, Boden reinigen, alles muss gereinigt werden. Hier wird sogar das Bett für die Leute gemacht. Das wäre ja gar nicht nötig gewesen. So, wo ist denn jetzt hier noch Beschmutzung? Ich sehe hier nichts mehr. 98 Wo habe ich denn jetzt? Kommen 2%? Kann nicht wahr sein. Irgendwo muss da hier noch Verschmutzung sein. Ich hätte mir das kaufen sollen. Da ist ich zumindest gewusst, wo die Verschmutzung ist. Das ist jetzt belastend. Aber naja. Vielleicht kann ich mir das gleich kaufen. Ich hoffe, dass ich gleich einen Punkt kriege. Einen Fähigkeiten-Punkt. So, erstmal alles sauber machen. Hier auch die ganze Toilette. Das ist ja sehr widerlich. Da komme ich nicht hin. Doch, jetzt ist das. So, hier. Bart. Jetzt bin ich schon wieder bei 98. Jetzt bin ich eigentlich. Hilfe, die 98. Was ist denn das hier? Oh, ist schon weg. Gut, Fenster reinigen. Das tun wir jetzt auch noch eben. Zack und zack und zack. Ja, eben lüften. Hier müssen wir sonst auch nichts mehr tun. Ich mache jetzt erst die Fenster sauber. Das ist das erste, was ich hier mache. Das sind ganz schön viele. So, hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Fenster, Fenster, Fenster. Fensterreinigungsprofi. Natürlich hat man jetzt hier in echt, sag ich mal, nicht so ein Teil. Ich weiß, es haben viele, aber ich habe das nicht. Ich mache das immer noch mit Lappen. Und das geht auch ganz gut. Das ist natürlich anstrengender. Da ist er. So. Jetzt können wir nämlich da, äh, ich wollte schon mit dem Finger drauf zeigen. Ich nehme erstmal noch einen Bonbon. Jetzt können wir nämlich auf der Minimap, wenn ihr mal oben rechts guckt, können wir jetzt sehen, wo die Beschmutzungen sind. Damit die schwarzen Punkte da. Das ist natürlich vom Vorteil, dass, äh, deswegen haben wir das ja gemacht. So, haben wir es gleich auch geschafft, hier das zu erfüllen. Guck mal. Und hier ist der Flick irgendwo da. Ja. Damit können wir auch diesen Auftrag beenden. Zeig gleich mit der Folge. 5000 haben wir sogar gekriegt. 5848 und 50. Jawoll. Geil, geil, geil. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.